So, die Baumaßnahmen sind für heute abgeschlossen. Ich habe die rechte Wand mit Rohierendraht verkleidet und hinten die Kopfwand im Grunde. Spaten und Drahtreste wurden entfernt und jetzt heißt es Spielparadies. Ich habe, wie ihr seht, einige Bretter, also ein paar waren schon vorher da, dann habe ich hier eine kleine Wippe kreiert und da hinten auch nochmal ein Arrangement über dem Tunnel, dass es an der einen Seite hoch, an der anderen Seite runter geht. Ja, da haben die auf jeden Fall jede Menge Spaß und jede Menge Spielmöglichkeiten. So kann es denen doch eigentlich nur gut gehen, den kleinen Häschen.